Hallo! Zweiter Teil. Wahrscheinlich Ende des Spiels. Story modders. Gibt's auch noch einen Herausforderungsmodel? Der hat eine Menge Zeug verpasst. Wir müssen noch einsteigen. Ja. Hallo! Das war ein schönes Geräusch. Im Klang jetzt wärst du draufgeschenkt. Auf dem kleinen Waddle Dee. Ah, der Arme. Regenbogen am Firmament. So, Frau Langen. Wuhu! Gute Viecher. Jaaaa. Genau. Ich kenn mich damit nicht aus. Nee. Ihr macht das schön. Jajaja. Oh, ich steh nur. Kein Wunder, wenn du erstmal die Anstellung nochmal richtig machst. So, wir sind wieder da. Ich bin mal gespannt, wann die anderen Leute auch wieder da sind. Aber ich hab geschrieben, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da. So, von daher. Jaaaa. Jaaaa. Jajajajaj. Boonsie Wolken. Jajajaja. Sie verschwinden aber. Nein, 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 nein! Ich bin auch... Ja, nein, 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 nein. Warum wurden wir uns nicht vermisst? Einen nicht möglichen Lande auf einer Wolke! Naja, das habe ich versucht! Na hier, na hier! Oh! Ähm! Jetzt kratze ich einmal meine Nase! Lande auf einer Wolke! Du hast mich angeschlagen! Angewas? Angeschlagen mit deinem Schwer, dass ich fast da runterfalle! Ich kann dich gar nicht bauen! Aber du hast mich getroffen! Kann ich gar nicht! Ich bin weggestupst worden! Was ich nicht kann, mach ich auch nicht! Oh shit! Ach, da ist Wind! Ja! Oh Gott! Deswegen schwebe ich hier so schön in der Luft rum! Bounce! 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 Knack Erbsen! Mando! Die Froschen! Die Froschen! Der Mahlika! Ah! Ne! Ey! 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 Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Das ergibt... Danke! Besser wieder! Ich werde fast gestorben, also hör auf mit deinem ironischen Danke! Ja, nicht du! Das war meine bessere Hälfte! Jetzt warte ich! Jetzt warte ich! Aber verdammt! Auch der das hinkriegt! Nein! Ja gut, das war mein letzter Rettungsversuch! Um die Truhe noch zu kriegen! Um nicht zu erholen! Tatsache, da war ein Pizzastück abgebildet! Jetzt müssen wir wieder durch den Mist hier! Wolken! Wolkenmets daneben! Äh! Fire hung! Kimi-Woning-Woning-Woning- Auch wenn! Ich beziehen viel! Ja, kulze dann. Alle 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 alle! Oh! Ja! Du musst dich ja immer daran denken. Wann musst du dich schon nach vordersteigen? Ja! Tschüssi! Ne, 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 ne! Nicht jetzt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So, jetzt hast du aufgeladen. Kannst du eigentlich eventuell... Ah! Du bist jetzt nicht gerade weg! Aber warum teleportiert er dich? Weil du plusdrücken kannst. Das Antenne parkiert er dich absichtlich, beziehungsweise. Na! Wenn du dich gerade wie schon am verdecken wirst, dein Töpflop. So, und damit kannst du jetzt da den Schatz holen. Nämlich theoretisch. Ja. Ich bin vor lauter Aufregung draufgegangen. Bin ich jetzt erst da? Ah, macht ja nichts. Ich vergesse nur die ganze Zeit zu reden dabei. Weil ich so konzentriert bin, irgendwie alles zu regeln hier. Ja. Will ich mich dauernd in den Abrund, weil ich so konzentriert darauf bin, dir zuzugucken oder den Schatz holen. Oh, schon wieder! Es ist einfach nicht der richtige Level für uns Waddles. Ne, irgendwie nicht. Ne, ihr Waddles habt da echt Probleme bei. Nein, ich bin noch nicht. Ja, irgendwie sind wir da oben gekommen. Nein, das ist halt auch wieder Wind. Nein, das ist halt auch wieder Wind, ne. Ja. Haha. Winder, aber nicht, wie es ist. Haha. Aua, Kirby. Lolli. Wuhuuu. Wenn ich da für dich nicht drauf weiß, ist das Wind zu viel. Nein, Lolli. Ich will den Lolli. Ich will auch den Lolli haben. Ich glaube, wenn ich dich berühre, kriegst du auch Lolli-Power. Ah. Lolli-Power. Ach, Scheiße. Jetzt hast du die Truhe kaputt. Ja, ich hab's gesehen. Das konnte ich aber nicht wissen. Nein. Ich hätte bestimmt mal bewegen müssen. Ja, gut. Kann ich natürlich machen. Ah, nichts gleich. Oh. Oh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ah, sauerfrei. Okay, gut. Das war mies. Das läuft jetzt irgendwie so. Nee, der ist so mies. Rettet mich, rettet mich. Oh, oh, oh. Hä? Weiß ich, was das war. Das war... ne Hand. Da ist alles heute hinten. Eine sind vorne. Challenge. Yay. Yay. Oder so. Ja. Boah. Das ist das eine, was wir können, ne? Ja. Unversichtlich aber gut. Aber wie du gesehen hast, den großen blauen hätten wir zumindest von der Truhe nicht besiegt. Ja. Ja und auf die eine Truhe habe ich mich gerade einfach draufgesetzt, so freiwillig. Ja. Mist. Sterne. Pallen runter. Aber was diese Punktzahlen zu bedeuten haben, haben wir aber noch nicht passiert. Ich sterbe! Ich sterbe! Gut, ich sterbe! Und schön! Sterbe! Oh, wie sterbe ich! Ich habe auch noch einen Kuss genommen! War das wichtig? Naja, es sah aus, als würde man massenhafte Sterne drin geben. Ja. Ich glaube, den Level haben wir, was die Perfektion betrifft. Kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Zwei Schätze gibt es die Perfektion. Und die Sterne einfach durch. Ah, ich habe ein Pflaster aufgegriffen. Jo. Nein, das macht jeder mal lieber. Okay. Wo? Hier. Ah! Da war noch ein Krieg. Wenigstens einer ist wieder dabei. Zwei Streams simultan. Ja, 480. Nur selber. Das war schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Das war schlecht. Zwei musselige Schätze ist die komische Ente drum. Ente! Ente, 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 Ente. Das macht so Hauptziel, was die Ente dabei ist. Ente, Ente, Ente. Ganz! Wilde, rote, ferne. Ich weiß nicht, dass es die fernerote Wilde ist. Oder die rote, ferne Wilde. Wirklich, ich weiß nicht. Ja, Betz weg! Tolla! Guck mal, dieser Autoscroll-Level. Ihr lasst mir ja gar nichts zu tun übrig. Mann! Erst einmal dich beschützen, und dann sollen wir dir was übrig lassen, hier passen! Wien! Wien! Aua! Ja, beschützen müsst ihr mich ja nur vor diesem blöden Hunting, da darf ich ja nichts machen. Da kann ich ja nichts machen. Ja! Das macht dich doch mal kaputt! So! Hüpfe! Oh, sorry, das war nichts absichtlich. Oh, so! Hallo! Tschüss, Lieber! Tschüss, Lieber! Für Flieber! Auch mal ein riesiger Turnschuh! Was ist das denn für einen Entenraumschirm? Ja, die wilde rote Ferne ist das? Ja, scheint so, oder? Wir müssen ja einen zurecht triggern. Bäh! Ah, ich werde Ruhe! Yep! Aua! Äh, ja! Nochmal Aua! Voll reingeümmelt! Hacke! Und so weiter. Oh, ein extra Leben! So spät! Wo bin ich denn hier? Im Feuer. Keine Ahnung. Ich freue mich einfach. Ja, ich mach da voll. Mir verpürst. Das war jetzt ein bisschen fissi karrotisch. Ein ganz kleines bisschen. Bäh! Ja, du Guter! Ich! Das ist was für unser Lieblingsbergen hier. Wenn, dann. Ja, aber... Nein. Jetzt gucken wir uns lieber um die Sachen so... Ja, ich mach irgendwas hier. Ich hab keine Ahnung, ob ich irgendwo... Hacke! Oh mein Gott! Ich bin richtig. Jetzt schauen wir uns als unnötig über hier an. Ja! Ja! Feuer, 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 Feuer! Oh, ich bin so. So, okay. Ich bin so. Ich bin so. Ja! So ist die unteren auch. Ja, ich kann nicht mehr auflaufen. So, aliop! Oh Gott. Kirby, komm schon! Also, das war jetzt zu spät. Das war jetzt zu spät. Das haben sie nicht geschafft. Oh nein! Du hat mich erretten. Ja. Ich mach euch auf den Brücken. Nein! Ich hab's doch erwischt! Mach das! Ja! Wenigstens kann ich in der Mocke auch landen. So ist ja nicht. Also, ihr müsst jetzt nicht konstant in der Luft bleiben, ne? Da ist zumindest noch Boden zu stehen und so. Wo ist denn da am Boden? Ja, man kann in der Mocke stehen. So. Dann fährt man aber anschließend runter. Ich will den Ubra Libra haben oder so. Ich weiß nicht, ob das so Rekord haben soll. Irgendwas. Also, laut Spieleinleitung ist das Limbo. Hauptgut. Ja, 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 ja! Renn hin! Morgensstern! Morgensstern! Oh, ich... Himmel! So viele Sterne. So viele Trauben. Das gibt's doch alles nicht! Yay! ... in diesem Silberstern da haben! Ah, yeah, yeah! Oh, ja, ja! Oh mein Gott, komm herrurch! Hütte dich dran, das ist jetzt für die Handel. Oh, ich bin jetzt für die Handel. Ich bin jetzt für die Handel. Ja, das reicht ja. Oh, dann... Ruhe!